So, weiter geht's mit einer weiteren Folge Metro 2033, hier in der Raketenstation D6. Da ist du, Mann. Ja, ich hoffe, jetzt hört's mit diesen Schmodderschleimteilen auf. Das ist ja wirklich der bekackteste Gegner in dem ganzen Spiel bis jetzt. Fressen Mun ohne Ende und sind nicht gut für meine Nerven, ey. Oh, die letzte Folge ist mir schon auch kurz geraten dazu. Oh, ich hänge hier vielleicht ein bisschen was dran. Und um Unterstützung am Turm zu bitten, ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut, gehen wir, Artyom. Viel Glück, Leute. Yo, ich pump hier noch schnell mein Ding auf und nehme mir die ganze Mun mit. Ah, Mun, Gott sei Dank, Mun, ey. Artyom, du nimmst das Goldsystem. Ja, ich nehme gleich. Ich nehme noch hier alles mit. Mun, 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 Mun. Ganz viel Mun. Ja, Gott sei Dank ist die Kiste hier gestopft. Na, du auch noch. Nein. So, jetzt. Oh, ist das Ding riesig. So, erstmal alle Waffen durchladen. Oh, keine Mun. Okay, gut. Ähm, ich habe das Leitsystem. Und am besten eine Waffe mitnehmen. Immer die gleiche alte Geschichte. Du rettest die Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Kapitel 7. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev Theater hoch. Der Rostan Kino Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem eine Geschichte begann. Oh ja, jetzt kommen wir wieder in das Kapitel, wo wir hier ganz am Anfang waren. Ich meine, ähm, wenn ich mir mal so die Karte anschaue, muss ich doch fast zugeben, dass, ähm, unser Weg doch etwas für den Arsch war. Weil, ja, man hätte doch einfach oben... Egal. Gut, äh, sonst hätten wir hier das Spiel nicht gehabt und ich hätte meine Nerven alle hier noch beieinander. Und, ja. Weiter geht's. Oh, Gasmaske. Wow. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, Mann. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Nun. Auch mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! Oh! Okay, okay, okay. Stillung halten! Ich, ich halte ihn nun. Oh, geht's hier ab? Ich bräuchte den Mund! Oh. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh! Was geht auf? Oh! 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 Ich halte ihn, Herrscher. Oh! Oh! Das ist unsere einzige Chance, den Turm zu erreichen. Wir rachen, Arjun. Bleib bloß nicht stehen. Nein, ich nehme noch die Munen. Munen, Munen, Munen. Nein, von rechts. Komm schon, komm schon. Ja, ja. Ah, der Lettner. Ich häng fest. Ach, da geht's nicht weiter. Komm, weiter. Ja, Mann, nein, geh. Oh. Oh, ihr seid... Oh, nein, nein, nein. Oh, okay, okay. Okay, okay, ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen. Wir gehen in den Tunnel, lasst mich in Ruhe. Oh, komm schon. In den Tunnel, in den Tunnel. Macht doch einfach in den Tunnel. Midi-Pack. Nein, das war zu spät. Nein. Mun, 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 Mun. Alles mit, wo ist der andere? Komm schon, komm schon. Ja, ich bin hier. Wir sehen noch alles. Los, 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 los. Ja, dann renn doch einfach. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Midi-Pack. Alles klar. Los, los, los. Ja, 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 ich bin... Ich hab dich ins Gesicht, ins Gesicht. Oh, das ist ne Armee. Ich künft gegen ne ganze Armee. Ich bin Adjom. Oh, ja, Mann, 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 Mann. Schneller, schneller. Jetzt geh doch einfach. Nachladen, schneller, weg und schießen. Ja, mach halt einfach. Schrei nicht immer nur rum und geh mal einen Schritt. Ja, ist fest geschafft. Mun, 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 wir haben schon... Alter Schwede. Und wir schmecken noch, scheiße. Ja. Alter. Scheiße. Feuer frei. Nein, nachladen erst. Oh, nachladen. Alles klar. Los, 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 los. Ich hab noch 10 Schuss, Mann. Und jetzt leise. Los. Puh. Suchen wir uns einen Weg nach oben. Hier entlang. Ah, draufbeißen und durchatmen. Irgendwo Mun. Mensch, werden uns diese Rüstung kaufen sollen. Hallo, Telefon nach Hause telefonieren. Nein. Auch nix. Puh. Ja. Einen Weg nach oben. Bist du ein ewiger Optimist-Miller. Leichter gesagt, als getan. Oh, John, klettern nach oben. Gut, ich habe eine Idee. Klettern wir auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lennen. Klettern nach oben. Der Aufzug brachte uns zur Spitze des Turms. Jahrzehnte wurden von hier aus Nachrichten gesendet. Aber ob die Neuigkeiten von heute gut oder schlecht sein würden, das hing nur von uns ab. Sobald wir das Leitsystem installiert hatten, war unser Auftrag beendet. Aber Pläne gehen nun mal schief. Oh, scheiße. Nee. Macht euch bereit. Jetzt wird es heftig. Oh, scheiße. Oh. Oh. Bist du okay, Artyom? Ja, Mann. Fantastisch. Oma, bitte kommen. Wir sind im Tor. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. Was? In Ordnung, Artyom. Jetzt müssen wir dich irgendwie hier hochkriegen. Dämonen! Verstecken! Ja, midi-packs! Ja, midi-packs! Mach, midi-deer! Shoo, shoo! Shoo, shoo! Da? Wo muss ich hin? Karte. Oh. Hinter dir, Artyom! Hab's überlebt. Alles gut. Da ist eine Treppe in deiner Nähe. Komm hoch! Bin da! Gut gemacht. Schon, gell? Ich bin da. Ich bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewerft. Geh noch weiter hoch. Nein! Bitte kommen! Schieß, Artyom! Schieß! Ich hab doch schon geschossen, der ist ja kaputt. Nein! Ihres Mistvieh! Möller! Bitte kommen, Ullmann! Ich bin verwundet! Bleiben Sie mit Artyom in Kontakt! Ende. Verstanden, Oberst. Ende. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Durchhalten, Oberst! Mach dir ein Licht an! Oh Mann, Mann, Mann! Den geht's gar nicht gut. Oh! Habe ich hier irgendwo muhen? Ja! Nö! Ah! Nö! Ich komm hier nicht rein! Komm ich hier hoch? Leiter? Nein, auch nicht! Wie geht's denn hier weiter? Okay, hier. Boah, ist das eine krasse Aussicht! Und es ist kalt. Es ist arschkalt. Und gar nicht mehr. Äh, ist die für mich? Ja, ich glaub, die ist für mich. Äh, springen, festhalten, ja. Festhalten, und weiter! Nicht da! Das hab ich doch schon gesehen, dass die nicht aussäht. Und komm, und weiter! Und eine ist noch hier. Boah, ist das hoch? Oh. Okay, okay. Speicherpunkt, sehr gut. Filter. Gibt's hier... Oh, nein! Hier gibt's keine Moon! Wer? Ich kann mich nicht melden! Bin, bin verwirrt! Was ist das für ein Gebilde, Mann? Okay, 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 wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich... Ah, hier muss ich hin. Und, komm schon! Und, komm schon! Sieht nicht sehr stabil aus. Ja, einmal im Kreis, auch okay. Gut, hier geht's weiter. Und, komm schon. Und, nochmal. Wupp! Ja! Ich stelle's ab, ich stelle's ab! Oh, nein! Nein! Oh, ey! Oh, Mann, 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 Mann! Wie soll ich hier wieder runterkommen? Achso, warum hast du den Fallschirm bevor? Oh! Und schwing dich! Mach einen auf Dumbraider, Mann! Und spring! Oh, ganz schön tief da unten. Mann, Mann, Mann. Okay, okay. Ich muss wohin? Äh, hier. Nein, nein, nein. Hier nicht richtig. Dann... Oh, shit, wo muss ich hin? Nein! Okay, hier muss ich nicht hin. Oh, hier ist eine Leiter. Ich muss ihn aufhalten, falten. Ich muss ihn zerstören. Bitte kommen, Artyom. Bitte kommen! Jo! Hier, Artyom. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Kontaktzone erreicht. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch. Dann kriegen wir sie. Lass ich irgendwas machen? Oh, wo bin ich? Du wirst aufgehalten werden. Wir danken dich nicht. Wir werden die Zerstörer recht überwenden. Oh, wo bin ich? Oh, wo bin ich? Wo muss ich hin? Oh, ist das cool! Von, von, von. Woaah! Voll ich jetzt? Oh Gott! Krieg ich jetzt Hallos hier draußen? Okay. Das ist sehr abgespaced. Du musst ihn zerstören. Er kommt um uns zu zerstören. Ihn am Falten falten. Wo muss ich hin? Ich komme hier nicht raus. Wie komme ich hier raus? Scheiße. Keine Waffen. Keine Moon. Nur Feuer. Taschenlampe geht auch nicht. Die Karte geht auch nicht. Nichts geht. Oh! 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 Nichts zerstören. Er kommt um uns zu zerstören. Artyom! Artyom! Nichts zerstören. Er kommt um uns zu zerstören. Oh! Oh! Okay, Freunde. Wir sind am Ende an der Folge. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaltet das nächste Mal wieder ein. In unser richtig abgehspacen hier. Metro 2033. Ja, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Und adi!